Platz in der Liste der tödlichsten Tiere Australiens ist definitiv ein Beweis, wie wichtig es ist, sich sauber zu informieren, wenn man ins Ausland geht. Für die Nummer 4 tauchen wir ab ins kühle Nass und begegnen dem Bullenhai, einem der furchterregendsten Bewohner der australischen Gewässer. Der Bullenhai ist aufgrund seines Lebensraums ein potenziell gefährlicher Hai für Menschen. Was dem Bullenhai noch gefährlicher macht, ist, dass er tolerant gegenüber Süßwasser ist.